Lego bringt noch ein weiteres Set zu The Mandalorian Staffel 3 heraus. Genauer gesagt sehen wir das in der zweiten und dritten Folge. Dort befinden sich Grogu und Mando auf Mandalore und müssen dann gegen diesen Cyborg ankämpfen, der mit seinem Spinnenpanzer dann ankommt und Mando auch gefangen nimmt, bis er dann von Bo-Katan gerettet wird. An sich eine sehr, sehr coole Szene und es spielt immerhin auf Mandalore, einer der wichtigsten Planeten im Star Wars Universum. Das was Lego jetzt aber daraus gemacht hat, ist so ein wenig durchwachsen, um ehrlich zu sein. Preislich geht es von der Theorie her schon mal klar, sind 53 Euro UVP für 526 Einzelteile, also ganz knapp ein Preis pro Teil von 10 Cent. Das sieht man nicht so häufig in der Star Wars Reihe. Dafür ist es aber leider auch ein Exklusivset, das heißt ihr könnt es nur bei Lego direkt bekommen und vielleicht später dann nochmal bei bestimmten ausgewählten Händlern. Mir wurde dieses Set früher für ein Review von Lego zur Verfügung gestellt und ihr könnt es auch nochmal in der Infobeschreibung verlinkt finden. Wenn wir das erstmal aufmachen, seht ihr, dass da drin einige Steine zu finden sind. Ich würde mal sagen so mittlere Größe. Das Teil ist auch größer, als es hier auf den Produktbildern aussieht. Als ich das das erste Mal damals gesehen habe, habe ich auch gedacht, was ist das denn? Aber tatsächlich sind es vier Bauabschnitte. Los geht es mit diesem runden Stadion hier quasi. Da werden dann unten die Beine dran befestigt. Fairerweise muss man aber dazu geben, dass die teilweise schon ein bisschen langweilig zu bauen sind. Man baut halt sechsmal das Gleiche. Anschließend kommt hier oben eine Abdeckung drauf und solche zwei kleinen Verkleidungen an die Seiten. Dann hier vorne noch der Kopf, diese zwei Kabel und solche riesigen Greifarme. Dann noch ein paar Details und schon ist der Spider-Tank fertig. Natürlich bekommt ihr Din Djarin in diesem Set. Das ist die Version mit den Armbedruckungen und auch dem neuen Helm. Die bekommt ihr auch schon in einem 16 Euro Set. Also nur für diese Minifigur wird glaube ich niemand das Set kaufen. Aber den neuen Darksaber bzw. die neue Darksaber-Klinge, die ihr hier seht, die gibt es hier am günstigsten. Sonst noch in dem TIE Interceptor vs. Fang Fighter Set enthalten. Das kostet aber fast doppelt so viel. Und ihr bekommt sogar noch einen Ersatzteil davon. Also eigentlich habt ihr quasi zwei in diesem Set. Einen Blaster gibt es auch noch dazu. Und ansonsten ist diese Minifigur ein wahrer Augenschmaus mit Jetpack. Das ist wirklich Wahnsinn, dass es inzwischen schon Standard geworden ist, dass er quasi immer seine Armbedruckung dabei hat. Und den Kopfprint kennen wir inzwischen auch. Eine Frisur gibt es aber leider immer noch nicht für ihn. Grogu darf selbstverständlich nicht in diesem Set fehlen. Ihn gibt es aber auch schon in vielen, vielen anderen Sets. Also auch da kommt man schon günstiger an ihn ran. Immer noch eine Bedruckung vorne hat er. Aber was ihm definitiv hier fehlt, ist sein Pot. Das ist ja essentiell für diese Szene, wo er dann quasi zu Bo-Katan rennt, um Mando retten zu können. Dass man diese paar Teile hier wegspart, sehr, sehr schade. Aber ganz klar, Bo-Katan ist das Highlight in diesem Set. Ich weiß, sie gab es vor kurzem schon mal sogar in einem Magazin, auch da mit Armbedruckungen und so weiter. Das war die Variante aus diesem großen Mandalorian Starfighter. Das war allerdings die Version, die auf The Clone Wars basiert. Hier jetzt zum ersten Mal auf der Live-Action-Variante basiert. Heißt, ein bisschen andere Farben, neue Bedruckungen. Wunderschöne Armprints hier. Sieht mega aus. Respekt für diese Minifigur. Zwei Blaster hat sie in der Hand. Den Rangefinder, den ihr nach unten klappen könnt natürlich. Wenn ihr den Helm abnehmt, verbirgt sich darunter noch ein Gesicht. Und sie hat sogar eine Frisur spendiert bekommen. Was bei ihr natürlich auch mehr Sinn macht, wenn man sie öfters ohne Helm sieht. Coole Bedruckung auch für diese Art Haarreif. Und das Alternativgesicht lässt sich auch echt sehen. Jetpack hat sie mit dabei. Und da sie die einzig exklusive Minifigur in diesem exklusiven Set ist, wird sie wahrscheinlich auch Schweinehunde teuer werden. Nun aber zum Spider-Tank. Der ist tatsächlich größer, als ich ihn mir vorgestellt habe. Wirkt auf den Bildern halt einfach viel, viel kleiner. Und an sich ist es ja schon eine coole Idee, dass man halt so einen Spinnenroboter hat, der so durch die Gegend läuft. Und aus der Szene hätten sie auch noch wirklich viel rausholen können. Dann starten wir erstmal mit den Funktionen und den Dingen, die ich gut finde. Hier oben könnt ihr diesen Shooter herausholen. Da drückt ihr dann drauf und dann schießt der halt quasi so einmal von sich. Lässt sich auch wieder einfahren. Beziehungsweise hier hat man dann auch noch ein bisschen mehr Platz drin, den sie aber leider nicht genutzt haben. Ihr wisst, dieser Cyborg, der so ein bisschen an General Grievous erinnert mit seinen Cyborg-Teilen, der läuft da dann so herum, wird dann von Bo-Katan besiegt und steigt dann zurück in diesen Spinnenpanzer ein. Naja, und der hätte hier auch eigentlich perfekt hingepasst, wenn er in diesem Set enthalten gewesen wäre. Selbst wenn die Klappen zu sind, ist da unten noch viel, viel Platz drin. Wie kann das sein, dass er in diesem Set fehlt? Ich weiß, jetzt kommen wieder die Standard-Entschuldigungen von Lego. Ja, die haben ja nur Concept-Bilder vorher gesehen, als sie das Set designt haben und so weiter. Viele Gründe sind dann wieder, ja, Disney möchte nicht, dass wir das und das machen. Dann, warum segmentet man das dann von Disneys Seite überhaupt so ab? Ich meine, dieser Cyborg ist ja das Entscheidende an diesem Set. Der Tank hier hat ja gar keinen Piloten eigentlich, wenn der nicht dabei ist. Und so kompliziert wäre es jetzt auch nicht gewesen, einen Brick-Bild-Charakter dafür mit reinzulegen. Ich kann es euch nicht erklären. Den Kopf hier vorne, der ist über solche Klickteile ein bisschen nach oben und unten bewegbar. Ich glaube, er soll aber einfach so leicht angeschrägt bleiben. Hier vorne diese Zangen können dann noch bedrohlich bewegen. Und hier sind dann noch zwei kleine Stuts, die dann diese Augen quasi darstellen sollen. Sonst kann man hier nichts dran machen. Diese Klauen lassen sich dafür aber nach rechts und links und hier nach oben und unten bewegen. Das sind diese Gelenkteile, die man jetzt in den meisten Mechs drin hat. Und mit den Klauen könnt ihr dann auch Minifiguren so in die Hand nehmen und durch die Gegend transportieren. Das macht an sich schon Sinn und gibt es auf der anderen Seite natürlich genauso. Was am coolsten ist an diesem Panzer, ist meiner Meinung nach diese kleine Federung. Das wird einfach dadurch gelöst, dass man hier diese Gummiteile drin hat. Und dann federn diese Technik-Liftarme sich etwas dadurch ab. Das ist nicht vergleichbar mit einer Federung in einem Technik-Set. Und dadurch, dass hier vorne so viel Gewicht drauf ist, kippt er auch so leicht nach vorne. Das sieht ziemlich dully aus, um ehrlich zu sein. Ist aber besser, als wenn es einfach nur stark gewesen wäre. Die meisten Teile sind hier in diesem Dark Bluish Grey gehalten. Es gibt auch nicht viele bunte Teile, außer jetzt hier vielleicht mal am Halsgelenk. Sodass man die theoretisch auch gut weiterverwenden kann. Allerdings, finde ich, wirkt er in manchen Perspektiven auch so leicht rot-rostig. Kann sein, dass es das Licht in dieser Höhle gewesen ist. Und ob Lego das jetzt so gut hätte nachbauen können, weiß ich nicht. Deshalb schätze ich, ist die Farbe Dark Bluish Grey schon besser. Aber das, was dieses Set dann tatsächlich ist, wie Lego es jetzt hier hingestellt hat, ist einfach nicht überzeugend. Man bräuchte noch mehr Funktionen, noch mehr bespielbare Sachen, wie dieses Lagerfeuer, wo Mendo dann halt gerade gegrillt wird. Vielleicht den Pot von Grogu, beziehungsweise Baby Yoda. Und man hätte dieses Set auch locker als 30 Euro Set machen können. Und den Panzer dann halt kleiner, was meiner Meinung nach sowieso besser zum Minifigurenmaßstab passt. Deshalb würde ich das Set an sich auch nur wirklich den Leuten empfehlen, die sich einerseits hierfür diesen Panzer begeistern können. Kann ich schon verstehen, weil es halt mal irgendwie was anderes im Star Wars Universum ist. Auch wenn es halt jetzt nicht perfekt zur Serie passt. Oder halt die Bo-Katan Minifigur haben wollen. Kann euch natürlich nicht versprechen, dass die auf Dauer exklusiv in diesem Set bleiben wird. Vermute es mal aber eher, weil sie für viele, denke ich, der Kaufgrund Nummer 1 sein dürfte. Und ansonsten, wenn es jetzt nur um Grogu und Mando geht oder um ein akkurateres Set zur Serie, kann man hier zum Beispiel mit dem Mandalorian Starfighter einsteigen. Da sind die beiden auch dabei. Kostet 16 Euro, gibt es im freien Handel. Zum Beispiel bei JB Spielwaren, die haben das auch schon mit Rabatt verfügbar. Oder man geht halt noch ein bisschen weiter und sucht sich eins von den anderen Mandalorian Staffel 3 oder auch Staffel 2 Sets aus. Da gibt es auch einige, die preislich gar nicht so weit entfernt liegen. Habe ich auch schon Reviews zu gemacht. Die könnt ihr hier überall finden. Und ansonsten, möge die Macht mit euch sein.